Momotaro Showa, Mann, Männlich, 62 cm, Sansai, wird groß, super Benni, also sehr gutes Benni, Kopfzeichnung kommt, ist unterlegt, auch an der Nase, Sumi, muss halt jetzt noch was passieren im nächsten Jahr und dann schauen wir mal, wird groß, habe ich das gesagt, also ich schätze so knapp 80 können wir schaffen, sehr langer Körper, also schauen wir mal, ist ausgerecht, das Schichtchen.